Das sah zu dem J heute mal ein bisschen fairer. Die erste Runde gegen Meister Schlampe lassen wir ausfallen, weil der Junge hat ein bisschen zu viel Stress irgendwie, meinte er. Er hat sich bei mir gemeldet bei MySpace, wir haben alles geregelt, ist okay. Die erste Runde lassen wir ausfallen, ich lege dann mit der Hinrunde 2 los und lade sie auch gleich hoch und ja, alles klar.